Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Clash of Clans auf Ancient's World der Charakters Fenrir. Leider funktioniert mein Aufnahmegerät gerade eben mal wieder nicht richtig, deswegen starten wir hier mitten in einen Angriff. Und zwar dieses Mal hat es mir eine komplette Episode gelöscht. Ich habe gerade eben das Rathaus mit Hilfe von Gems auf Stufe 7 verbessert, bzw. die Verbesserung angestoßen mit dem, was wir aus den ganzen Baumstümpfen, Stämmen, Pilzen, Büschen und Bäumen rausgekratzt haben. Und dann wollte ich die Aufnahme gerade rendern und fertig machen zum Hochladen. Dann hat es mir angezeigt, dass es eine Datenkorruption gegeben hat und dementsprechend ist die gesamte Aufnahme dann im Eimer gewesen. Das tut mir sehr leid, ich wollte euch wirklich dabei haben, als dass wir in dem Moment, als wir auf Rathaus Stufe 7 praktisch das Update angestoßen haben. Daraus wird jetzt momentan leider nichts, aber ich dachte mir, ich muss mindestens eine, ja, sollte wenigstens eine Aufnahme hier draus machen. Oder im Nachhinein noch was aufnehmen, damit ich das Ganze ankündigen kann, was ich gemacht habe. Ich habe ein paar Angriffe gemacht, die liefen nicht so besonders gut. Zwei Stück mit nur 52% und gerade mal etwas über 50 bzw. 60.000 Gold. Der eine Angriff hatte sogar weniger, also der mit 63.000 Gold hatte weniger als 10.000 Elixier. Zur Wiedergutmachung, was natürlich nicht mal die Armeekosten deckte. Besonders, weil ich auch einen Hellzauber verwendet habe. Ist das nicht schön. Manchmal hat man einfach kein Glück. Naja. Wir werden jetzt wohl gleich 28 Trophäen verlieren. Das ist mehr, als wir bei der Verteidigung verloren haben. Dort haben wir nämlich 21 verloren. Schade. Naja, wenigstens tut unser Bogenschütz uns noch eine gute Menge Gold sichern. Bevor er gleich entweder einen Feuerball oder einen Kanonenball oder vielleicht sogar von dem Minenwerfer die Mine auf den Kopf kriegt. Ich bin irgendwie gespannt, ob wir 30% schaffen oder nicht. Wir haben mehr als genug Zeit dafür. 30% und... Oh. Es war ein Blitzschlag vom Tesla. Das habe ich nicht erwartet. So. Ich habe mehr als genügend Geld, dass ich noch ein paar Mauern aufbauen kann. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Wir haben noch den Sternbonus. Also vom letzten Sternbonus war es übrig. Oh, ich habe gleich einen Termin. Das heißt, ich muss mich kurz fassen. So. Ich verbessere dann jetzt schnell noch ein paar Mauern. Und werde dann wahrscheinlich unterwegs noch einen Angriff machen. Vielleicht sogar jetzt noch. Ja, und ähm... Ich hinterlege das Ganze dann. Mit was eigentlich? Das ist halt mehr so eine Update-Folge gerade eben, wo ich sage, was ich gemacht habe. Aber es fühlt sich irgendwie nicht so richtig an. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid, was mit dem Aufnahmefehler da passiert ist. Aber leider kann ich das jetzt nicht ändern. Also, ich sehe euch dann gleich beim nächsten Angriff. So. Da sind wir wieder beim nächsten Angriff. Wir schauen jetzt, dass wir noch ein paar Kleinigkeiten zusammenkriegen. Und, ähm... Ja, ich hoffe, dass euch... Das jetzt nicht zu sehr enttäuscht. Naja, aber ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ein Backup von der Aufnahmedatei direkt... Kann ich jetzt nicht machen. Vor allen Dingen, weil das, wenn das direkt im Aufnahmeplayer stecken bleibt, bevor ich die Datei praktisch in der Hand habe. Und mir dann praktisch eine Nulllinie gebe. Da kann ich dann nichts dran ändern. So, werfen wir hier hinten die Barbaren hin. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen... Ich treffe jede Bombe da hinten. Ich hätte es vielleicht mit ein, zwei Barbaren vorher austesten sollen, aber... Na, die beiden Magetimmel machen uns eh den Gar aus. Komisches Basisdesign, aber es funktioniert äußerst gut. So, die Goblins sollen mal... Ein bisschen Gold sammeln. Ah, erstaunlich viel haben wir hier rausgekriegt, dafür, dass wir so gut wie gar nichts erreicht haben. Die restlichen Ressourcen sind wahrscheinlich in der Clownburg und in den Samt, zwei Minen und Elixiersammlern da vorne. Kommen wir nicht ran, schade. Und der Ballon fliegt da total sinnlos rum, weil die Abwehr uns vorher vernichtet hat. Naja. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder. Ich verbessere jetzt noch eine Mauer. Ja, und ähm... Ancient's World out. Stay safe. Mauer. Bye. Ach ja, Basis zurück. ...